Bei diesem Pokédoer-Ding. Ich glaube, das lohnt sich irgendwie nicht da drüben. Sind die gleichen Pokémon. Es gibt ja auch einen Tag-Nacht-Enderung der Pokémon. Das wäre interessant. Ich kann auch keinen Maze benutzen, weil ich nicht gut genug dafür bin. Yes, please. Dankeschön. Yes, Line. Geh mal nach oben. Ich glaube, ich muss ein bisschen leveln dann, um da gut durch das Gym zu kommen. Dann soll es auch egal, ob ich ihn wieder wissen. Nein, er spricht mich einfach ran. Was machst du in meinem Spielplatz? Egal, ich höre jemanden zum Kämpfen. Ich habe zwar ein paar neue Pokémon geholt. Auf geht's. C-Face. Fade-Effects. 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 Er ist doch kacke gut. Kannst eigentlich irgendwas? Fade-Ezneep. Oh ja. Ob ich ihn aber töten kann, in der Zeit, in der er mich geharkt hat. Er ist feintet. Pokémon. Komm, Beku, go, attack! Attack-Fan, quick attack! Mach mich nicht so schwach. Komm, du schaffst das. Kratsfrats. Du schaffst das. Halt durch. Oh, Wolf. 20 Poké-Dollar. Oh. Habe ich nicht einfach zu schlagen. Aber ich kann bestimmt auch meine Poké-Dollar drin. Oh, wir sind ja Pikachu. Moment. Pikachu und Pichu. Warum kann ich auf Pikachu rumlaufen und auf Pichu nicht? Wtf? Einen Reitschüsse auch noch. Einen auch noch. Einer auch noch. Achso. Hoi Hoot Hoot! Komm schon, Squirtle, du schaffst das! Tickle! Aua! Hoot Hoot! Tickle! Aua! Oh, der hat zu, Mann! 15 Poké-Dollar, holy shit! Ich hebe nochmal zurück und heile mich! Mann, dauert das lange am Anfang! Ah, ich bin 15-Dollar! Und ja, die, das... Keine Ahnung! Yes, please, do it! Wird gern die ganze Zeit leer, das ist wohl kein einfach, damit's die ganze Zeit durchgeht! Und ja! Level Pokémon! Go, go! Huch! Wildes Hooku, der ist fein! Ja, komm, das schafft's jetzt aber alleine! Damit ist die Hypnose, glaub ich, abgewöhnt. Ist zwar ganz witzig, aber er macht irgendwie keinen großen Unterschied. Level 6! 8 Poké-Dollar! Ähm, wir kriegen ja mehr Geld pro Kampf. Das ist der Unterschied! Kratz, Kratz! 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 F uses the entrance, so bien! Dass da hier Party ist, hätte man sich fast denken können. Oh, Lüberland, das habe ich noch nicht. Kann ich jetzt eigentlich hier hochziehen? Häuser sind. Na mal. Nicht Pokémon, da. Pokémon! Hopp! Dankeschön! Weberraak! Meins. Hier bin ich als Trotz. Oh Gott. Ist mein Aura tot. Wo die Pokedolle herkommen aus dem Nichts, ist allerdings nicht ganz klar. Ichakter für die dritte Schloss. Oh Gott. Oh Gott. Hier zu Lilма. Ja. gut gut im sinne übersetzt quick attack huck zucki und wir haben uns geteilt so wir mal ein bisschen heilen wieder ein bisschen lau geworden abra denn man kann das abra sprechen eine weise person hat mal gesagt um der beste zu sein musst du den besten schlagen wer hätte er der champion warum kann ein armbar reden holy fuck das war wenig sollte man auch so jenny reden meine ja Ah, clear root one of Rattatate, please could you go and clear them out of root one or at least curb their numbers, bring me back at least three pieces of Rattatate, yes, ah, so kann man doch ein bisschen Geld verdienen, eh, und root one ist doch das, wo ich bin. Und wenn ich eh das Rattatatz kaputt mache, kann ich auch das noch mitnehmen. Muss ich allerdings das hier mal hier hochpauen? Geht nicht, aber ich bin ein Quatsch-Quatsch-Spinn. So, damit ich meinen Weberraga ein bisschen trainieren kann. Den blöden Ding kann man nicht kriegen. Das ist die Kacke. Natürlich kriegst du jetzt ein Rufgut. Stringshot. Schweinereim. Hm, äh, hier. Vick Attack! Vick Attack! Oh, dann bin ich mein Rattatat von dem Tod. Ja, nicht gut. Hab ich dir richtig gut aufgepasst. Oh, Bugs bei mir gerade ist das so. Tackle. Warum werden die Wäden wirklich schneller? Warum hat jetzt... ... das Kürtelala ein bisschen mehr vorgekriegt? Habe ich nicht verstanden. Pokémon... Hoothoot. Ja, hier sieht es doch alles von hier oben. Hoothoot Attack Fail. Ich glaube, ich kann nicht toolen, oder? Doch, eigentlich. Wow. 7 auf Farmspunkt ist aber echt nicht viel. Woran liegt das, dass man so wenig Farmspunkt hinkriegt? Oh, das ist, weil ich tausche. Jaaa, es schläft. Ich kann das rumziehen. Warum auch immer ich das rumziehen will. Critical Hit. Kritischer Treffer. Jaaa. Wieso habe ich 50 XP bekommen? Oh, Quatsch. Einen Kampf könnte ich vielleicht noch schaffen. Ok, der Level 6 Spielradakt ist natürlich hart. Aber was ist es gut? Ich bin jetzt nicht mehr so ein bisschen den Farmspunkt. Defekt. Speed fällen. Du hast ja richtig lange gemalt. Genau, du hast ja nicht die... Hey! Es ist super effektiv. Eeeeee... Ruv! Nein! Nein! Warum kann das eine Pflanzenattacke? Du fällst Runaway. Ach komm. Nein, ich sterbe jetzt an einem Weberrack. Run! Keine Ahnung, dass an Level 6 Weberrack mit einer Pflanzenattacke kommt. Holy shit! Das sind ein paar außer Gefecht bei mir. Gumbichen, Gumbichen. Ja, möchte ich bitte. Danke schön.